Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant, euer bullischer Bitcoin Trading Informant. Ich bin heute jetzt erstmal ein bisschen bullish, zeige euch gleich warum. Hier ist heute der 23. Juli und wir checken das Ganze jetzt mal gemeinsam. Hier ist unser Bitcoin Chart. Das ist der Tageschart und ihr seht auch jetzt den Hauptgrund, warum ich jetzt bullish bin. Ihr seht hier, wir hatten hier diesen RSI, wir hatten hier diese Abwärtsbewegung mit dem RSI. Ganz genau gezeichnet sieht das Ganze dann jetzt eigentlich so aus. Und wenn wir es jetzt wirklich ganz genau zeichnen, es ist jetzt wirklich die Frage Leute, da oben war ein höherer Punkt oder nehmen wir diesen höheren Punkt? Das ist die große, große Einserfrage. Wenn wir jetzt diesen Punkt hier nehmen, hatten wir hier einen Spike nach oben und sind wir nun bullish nach oben ausgebrochen. Aber, aber Leute, Achtung, wenn wir diesen Punkt da oben nehmen und ein bisschen hochziehen die Linie, dann seht ihr auch schon, dann sind wir nicht mehr ganz so super ausgebrochen. Und dann testen wir jetzt gerade an. Also, okay, dann muss ich das ein bisschen zurücknehmen. Es kommt darauf an, wie man das jetzt wirklich genau zeichnet. Sind wir darüber ausgebrochen oder noch nicht für den Moment? Wenn wir es jetzt wirklich genau nehmen mit dem Punkt da oben, sind wir noch nicht ausgebrochen. Okay, alles retour. Wir schauen uns das aber im Detail an. Es ist ja das 5 Minuten Turbo Update. Wir checken jetzt mal die 4-Stunden-Geschichte. Was geht da ab im 4-Stunden-Chart? Jede Kerze ist hier 4 Stunden. Und da sehen wir den RSI. Wir können die Linie hier entfernen. Wir sind momentan bei 62 Punkten. Nicht überverkauft, aber in die Richtung von überverkauft. Also interessant. Ansonsten gibt es ja nichts Tragisches zu beachten. Eins können wir machen. Hier diese Linie ziehen vom höchsten Punkt über diesen Punkt hier nach unten. Da seht ihr auch, da oben ist der Widerstand. Da haben wir noch jede Menge Platz. Vergessen wir mal den RSI. Bei was sagt uns eigentlich der MACD im 4-Stunden-Chart? Wie sieht es da aus? Und im MACD sind wir bullisch. Hatten wir hier unten ein schönes Crossing mit der blauen Linie nach oben. Und wir sind jetzt über dieser blauen Linie und wir bauen grüne Kerzen. Aber ihr seht schon, das Volumen geht runter. Das Volumen geht runter von den grünen Kerzen. Die Balken gehen runter und das ist kein besonders gutes Zeichen. Wenn wir uns jetzt mal diese Preise alle entfernen, damit wir auch ein bisschen was sehen am Chartbild, sehen wir, wir sind ganz schön von diesem Dreieck nach unten ausgebrochen. Ein Washout meiner Meinung nach. Und jetzt nach oben ausgebrochen. Schön, sehr schön. Wir sehen auch im 4-Stunden-Chart hier dieses Ribbon-Band. Dieses Ribbon-Band ist noch immer rot. Noch immer rot. Wir haben noch immer eine Short-Position bezüglich Ribbon-Band, wenn wir uns das so anschauen. Aber ihr seht es auch schon, das Ribbon-Band ist hier dabei, sich in die grüne Richtung zu bewegen, sich bullisch zu bewegen. Und das könnte natürlich ganz gut sein hier für die nächste Zeit. Für den Moment ist es noch rot, aber es ist ein super Support hier am 4-Stunden-Chart. Das muss man schon mal sagen. Wir kommen jetzt aber zur nächsten großen Geschichte. EMA 200. Das ist diese Linie 33.600. Die müssen wir beachten. Die ist unser nächster großer, großer, großer Widerstand. Ich habe auch noch etwas, was ich euch zeigen möchte. Nämlich eine Linie von dem Punkt über den Punkt hier nach unten. Und diese Linie ist jetzt momentan einer meiner Hauptsorgen, denn das hier ist unsere Widerstandslinie. Die Widerstandslinie ist immer rot, eine Resistance und mit der kämpfen wir jetzt gerade. Ich weiß, es gibt immer eine Linie zum Kämpfen, es gibt immer einen Widerstand zum Kämpfen. Das ist schon klar, das ist mal beim Trading so. Aber hier seht ihr es ganz schön von diesem Punkt, genau über diesen Punkt gezogen, diese Linie. Das ist jetzt gerade unser Kampf und wenn wir da auch noch nach oben ausbrechen können, sehr schön. Nächstes Ziel 33.600. Also ich bin schon ein bisschen bullisch eingestellt, aber Achtung, immer Achtung auf den RSI, Achtung auf den Tageschart. Da wisst ihr ja, wenn wir das genau zeichnen, ist er noch immer der große Widerstand, ist er noch immer da, der Widerstand. Also noch nicht ist alles in grünen Tüchern. Und ja, okay. Aber es ist ein bisschen besser auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon mal nicht mehr so bearish eingestellt, 70.30 nicht mehr. Sagen wir mal, es ist momentan so 50.50. Es ist ein bisschen seitwärtsgehend, meiner Meinung nach, aber eher die Tendenz nach oben. Also das ist schon gut so. Checken wir jetzt mal den Stundenchart. Auch im Stundenchart, hier hatten wir das. Schönes grünes Ribbon Band, Long Position mit diesem Punkt. Und wir sind hier noch wie immer nach wie vor über den grünen Ribbon Band und kämpfen jetzt, wie ich es euch gesagt habe, mit dieser Linie hier. Wir gehen nun entlang dieser Linie ein bisschen runter. Wir brauchen hier ein Breakout von dieser Linie. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Was sagt uns Relative Strength Index hier? Wir sind nicht überkauft. 59 Punkte, alles okay. Und bauen jetzt auch gleichzeitig wieder eine Linie ein. Und zwar diese Linie hier. Das ist unser Widerstand im RSI, im Stundenbereich. Da geht es jetzt mal ein bisschen runter. Und das werden wir jetzt auch beobachten. Wenn wir hier nach oben ausbrechen, wäre das ein bullischer Ausbruch. Wenn wir uns da nach unten handeln weiter, Ja, dann haben wir ein kleineres, bearisches Problem nach unten. Aber das ist nicht so tragisch momentan, Leute. Wir müssen einfach mal rüber. Okay, weg mit dem RSI. Haben wir alles gesehen. Jetzt würde mich noch eines interessieren. Wie sieht es mit dem Bollinger Band aus? Schauen wir uns das mal an. Bollinger Bands. Da sind wir schon. Und das ist das Bollinger Band. Und da sind wir im Stundenbereich nun beim Bollinger Band über der Mittellinie. Und das seht ihr auch schön. Das Bollinger Band ist nach oben hin ein Widerstand. Und wir testen vielleicht die Mittellinie wieder an. Das heißt jetzt für heute, für den Tag, vielleicht. Einen Retest von 32.3 möglich hier auf diese Mittellinie. Sollten wir nach unten hin durchschlagen, confirmed, also bestätigt durchschlagen, könnten wir ein Problem haben und das Bollinger Band unten antesten. Mit 32.000 wäre durchaus möglich. Und von der Unterseite, das ist das Gute, kommt diese gelbe Linie. Das ist die EMA 200 Linie. Die ist unser guter, guter, großer Support hier im Dreieck. Ja, Leute, das ist jetzt erstmal dieser Tageschart, das Tagesupdate. Ihr seht es nach unten. 31.7, großer Support und nach oben hin großes Problem. Diese rote Linie sollten wir da durchbrechen. Was ist dann zu erwarten, Leute? Was ist zu erwarten, wenn wir hier nach oben hin ausbrechen können? Wenn wir die 32.3 schaffen, wenn wir auch noch diese rote Linie schaffen und wenn wir ein höheres Hoch schaffen, das höchste Hoch momentan war ja hier bei 32.9. Was ist zu erwarten, wenn wir da drüber gehen könnten? Eben die 33.6, das war die Widerstandslinie vom 4-Stunden-Shart. Ja, klar, checken wir das nochmal ganz kurz. Da sind wir auch schon. Warum die 33.6? Weil das die EMA 200 vom 4-Stunden-Shart ist. Das sind jetzt mal die großen Ziele meiner Meinung nach. Es wäre durchaus möglich, dass wir heute ausbrechen auf die 33.6. Das ist auch gleichzeitig das Bollinger Band, das Ende dieses Bollinger Bands hier mit 33.6. Das wäre eigentlich mein großes Ziel für heute. Wir werden das im Livestream gemeinsam betrachten. Ist das auch möglich? Kommen wir da auch hin? Ihr seht hier schon den Livestream. Ihr seht hier alles. Hi, Gene Veko schreibt hier gerade im Live-Chat. Ihr seht hier alles, was ihr braucht zum Traden. Wir sind momentan auf Buy eingestellt. Wir haben hier momentan eben diesen Widerstand, den wir auch nochmal drüber müssten. Und, und, und. Ihr seht da wirklich alles. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der Name ist Bitcoin Trading Informant. Und ich bin live auf YouTube und auf Twitch. 24 Stunden. Und ihr könnt mir hier sämtliche Fragen stellen, die ihr möchtet. Also Leute, das war es für heute mit unserem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was draus machen. Ich hoffe, ihr macht Millionen mit euren Trades. Macht es gut, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum täglichen Update. Ganz wichtig, ich bin kein finanzieller Berater. Das hier ist meine technische Analyse, die ich euch hier zur Verfügung stelle. Macht es gut. Tschüssi und ciao, ciao.